Es ist unglaublich, was an Feedback zurückkommt. Das berührt einen wirklich mega. Sven und Tanja mussten ihre Hochzeit absagen. Damit sie dennoch an ihrem Hochzeitstag einen Hochzeitstanz haben können, wurde ich vom Bräutigam beauftragt, ihr ein kleines persönliches Ständchen zu überbringen. Eine meiner ersten Grußbotschaften sollte ich für Uroma Hilde aufnehmen. Uroma Hilde dachte morgens noch, das könnte einer ihrer traurigsten Geburtstage überhaupt werden. Aber am Abend hat sie dann die Musikbotschaft angeschaut und rief dann ihre Familie an, dass sie ganz glücklich und mit pochendem Herz eingeschlafen ist und dass einer ihrer schönsten Geburtstage überhaupt war und sie hatte schon 92 Stück davon. Eine sehr emotionale Botschaft, die wir überbringen durften, war von John an Nicole. John ist in den USA und kann seine Freundin gerade zur Zeit nicht hier in Deutschland besuchen kommen. Und das stellt natürlich so eine Fernbeziehung ganz schön krass auf die Probe. Und wir durften dann ihren gemeinsamen Song singen und spielen und ja, das war mega schön. I was asked by Peter and Susan to do a video message for their daughter Anne. She became a mother and Peter and Susan grandparents for the first time. As they couldn't see each other, they asked me to sing a lullaby, for their little grandson Anthony. Wir freuen uns, auch deinen persönlichen Gruß zu überbringen. Let's spread some love. Oh and I will... May a gust... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020